Eine Trendumkehr im DAX zeichnet sich ab, was Short-Potenzial frei macht. Und damit herzlich willkommen zu meiner Daily DAX-Morgen-Analyse. Ihr wisst es ja, wie immer, bevor ich mit der Analyse starte, ganz kurz der Hinweis zu meinem YouTube-Kanal. Dort bin ich bis zu dreimal die Woche live und trader den DAX und den Dow Jones in meinen systematischen Handelsstrategien. Natürlich darf da auch diskretionäres Day-Trading nicht fehlen. Morgen ist großer Live-Trading-Tag mit Live-Trading im DAX ab 9.30 Uhr in der Vormittagssession. Und dann ab 15.15 Uhr wird der Dow Jones gehandelt in der US-Nachmittagssession. Also, falls du es noch nicht getan hast, ist jetzt der richtige Zeitpunkt, diesen Kanal zu abonnieren. Und, ganz, ganz wichtig, die Glocke zu aktivieren, damit du immer benachrichtigt wirst, sobald ein neues Video online geht oder ein neuer Livestream ansteht. Dann geht es direkt weiter zum Wirtschaftskalender. Und heute ist endlich mal ein bisschen mehr los im Kalender. Und zwar bekommen wir den Einkaufsmanager-Index aus Deutschland für das verarbeitende Gewerbe und für die Dienstleistung. Und dann am Nachmittag den Einkaufsmanager-Index aus den USA für das verarbeitende Gewerbe und für die Dienstleistung. Ansonsten steht noch die Zinsentscheidung der Bank of Canada an mit einem Zinsschritt. Und zwar um 25 Basispunkte, zumindest in der Prognose. Da wird es dann spannend, wie die Bank of Canada entsprechend entscheidet und ob sie diesen erwarteten Zinsschritt überhaupt macht. Das könnte durchaus etwas Impact auf die Märkte haben. Dann geht es auch direkt weiter auf den Chart und wir gehen erst einmal zurück. Den jüngsten Handel von heute Nacht bzw. von heute Morgen sieht man nicht. Erst einmal mein Trade gestern. So wie ich es angekündigt habe, habe ich eine Long-Position reingenommen. Und die Long-Position, die lief dann auch in den Profit, allerdings in einen geringeren Profit. Dadurch, dass ich den TP, also den Ursprungs-TP etwas zurückversetzt habe aufgrund des Regelwerks. Und somit waren es in Anführungszeichen nur 100 Punkte im DAX. Und zusätzlich habe ich den offenen Short, der hier am Montag reinging, gehadget. Also mit einer Hedging-Order versehen und der Hedge wurde dann entsprechend aufgebaut. Somit ist jetzt ein Verlustblock abgehadget. Und jetzt heißt es warten, ob der Short hier unten aufgelöst wird. Dann reiht sich die Long-Position ganz normal in die Long-Sequenz ein und wird dann mit eventuell weiteren Long-Positionen verwaltet. Oder es greift der Zeitstopp, dass dann nach einer bestimmten Zeit dieser Verlust-Hedging-Block aufgelöst wird. Und dabei der Verlust dann realisiert wird. Der Juli ist jetzt aber schon sehr komfortabel im Profit mit fast 9%. Das ist schon sehr, sehr ordentlich. Den Renditenachweis, den findet ihr auf der Webseite kasi-management.de. Als auch für den Dow Jones Index, wo die Strategie jetzt schon fast ein ganzes Jahr lang läuft. Dann hat der DAX es entsprechend auch so gemacht, wie er es für das Ausbruchsszenario hätte machen sollen. In der Vormittagssession war zunächst weniger los und erst zum Ende des Leistungs von gestern ging dann die Geschichte nach oben raus. Und der DAX machte es auch so, wie er es machen sollte. Und zwar mit einem schönen Anstieg der Dynamik. Oberhalb der 18.600 konnte sich der DAX dann allerdings nicht halten. Und fiel dann direkt zurück, mehr oder weniger auf das Ausbruchsniveau. Und mit dem Gap über Nacht und mit den jetzt aktuell weiterfallenden Kursen besteht durchaus die Chance, dass wir es hier mit einem Fehlausbruch zu tun haben. Und dass die Nummer jetzt erst einmal auf der Unterseite aufgelöst wird. Dazu muss jetzt aber erst einmal noch ein bisschen mehr passieren. Und zwar gehen wir da direkt mal hier auf den Analyse-Chart für heute. Und da seht ihr es ein bisschen deutlicher, dass der DAX jetzt am Vortagestief notiert. Und das ist die wichtigste Marke nach unten. Und zwar, wenn das Vortagestief rausgenommen wird und sollte der DAX dies dann auch noch vor Kasseröffnung tun, dann ist die Wahrscheinlichkeit groß, dass er heute erst einmal einen rückläufigen Tag hinlegt und Ziele auf der Unterseite abarbeitet. Nach dem Vortagestief hätten wir dann ganz klar die 18.400, wo der DAX sich dann am Montag auch von oben her abgestützt hat. Also man sieht es dann deutlich, dieses Reaktionsniveau, das wäre dann nach unten das nächste Ziel. Und sollte das rausgenommen werden, dann geht es auch schon direkt Richtung 18.300 und Richtung Opening Range vom Montag. Das ist insofern wichtig, weil dies natürlich dann eine entsprechende Signalwirkung auf Tages- und auch auf Wochenbasis hat. Wenn der DAX jetzt im Verlaufe dieser Woche jetzt komplett umdreht wieder und Richtung 18.200 handelt. Wir haben ja jetzt noch drei Handelstage und die Chancen stehen gut für mehr Short auf der Unterseite. Noch ist es ein bisschen früh, also der DAX muss sich jetzt hier nach unten erst einmal rausarbeiten können. Noch hält er sich aber in der Handelsspanne vom Vortag. Das bedeutet, sollte jetzt hier dieses Tief nicht großartig tangiert werden, beziehungsweise tangiert wurde es ja schon, aber wird es jetzt nicht großartig unterschritten oder dreht der DAX nach einem deutlichen Ausbruch auf der Unterseite wieder komplett nach oben ein und schließt dann am Ende des Handelstages positiv sogar, dann wäre das wieder für morgen eher ein Long-Signal. Also das müsste man dann schauen, weil rein aus technischer Sicht haben wir hier den abwärtsgerichteten Trend. Der wurde jetzt erst einmal durch eine initiale Bewegung gebrochen. Das bedeutet, alles was jetzt rückläufig ist, ist jetzt per Definition erst einmal nichts anderes als eine Korrektur des initialen Strukturbruchs. Wir haben es hier aber mit einer übergeordneten Range zu tun und Richtungswechsel innerhalb der Range sind typisch. Also das kennzeichnet eine Range, dass innerhalb der Range ständige Richtungswechsel passieren. Von daher dürfen wir nicht zu viel darauf geben, wenn der DAX jetzt auch zurückläuft und dann auch erst einmal nochmal die 18700 beispielsweise versucht rauszunehmen. Das kann sehr, sehr schnell wieder aufgelöst werden auf der Unterseite. Also Short ist jetzt nicht komplett vom Tisch, sondern bleibt weiterhin aktiv, weil wir es hier mehr oder weniger auch schon mit einer übergeordneten Top-Bildungsphase zu tun haben. Also auch wenn der DAX jetzt sich noch stabil zeigt, also für alle von euch, die jetzt mega-mäßig Short unterwegs sind, noch ist die Geschichte nicht vom Tisch. Interessant wird es dann erst, wenn der DAX sich auf ein neues Allzeithoch schiebt und sich dann auf diesem Allzeithochniveau auch halten kann. Ja, da müssen wir halt schauen, ob wir dann im Sommer überhaupt eine Korrektur bekommen. Aber saisonal betrachtet ist die Wahrscheinlichkeit halt einfach da, dass wir zum Oktober hin, also August, September, Oktober, doch eher mit einer größeren Korrektur rechnen können, die dann auch die 18.000er Marke nach unten mal rausnimmt. Und heute könnte es zum Beispiel soweit sein, dass ja eine größere Korrektur eingeleitet wird. Und das werden wir dann entsprechend sehen. Was dafür wichtig ist, habe ich ja schon genannt. Auf der Oberseite ist es dann entsprechend erst einmal wichtig, dass die Opening Range von gestern verlassen wird. Wir haben die Tageseröffnung von gestern mit der 18.500, so als Zwischenmarken auf der Oberseite, wo dann auch nochmal ein Short denkbar wäre. Also wenn wir eine Erholung sehen und der DAX nicht über die 18.500 kommt, sehe ich doch eher Chancen auf der Short-Seite. Also, dass er dann meinetwegen mit Handelsstart oder bis zum Handelsstart hier nochmal versucht reinzugehen und dann nach unten wegdreht. Das wäre dann auch noch passend für Short, aber er sollte jetzt nicht wesentlich höher handeln. Sobald er die Opening Range von gestern nach oben verlässt, sehe ich doch eher das Long-Szenario mit Zielen vortageshoch. Natürlich die 18.600 erst einmal, dann das Vortageshoch hier und dann weiter auch schon die 18.700. Aber zum Glück, wer nach Trend analysiert, kann das in den untergeordneten Strukturen sehr schön erkennen, welche Richtung der DAX einschlägt und sich darauf fokussiert. Haben wir jetzt beispielsweise auch gestern im Livestream gesehen, wo ich einen Day-Trade angesetzt habe. Wie ich diesen ansetze, den habe ich sauber hergeleitet und konnte aus der Trendsituation untergeordnet einen Trade herleiten. Und das hat man halt in den untergeordneten Strukturen erkannt, welche Richtung der DAX tendenziell dann einschlägt. Das ist natürlich nichts, was zu 100% ergreift, aber man kann es schon sehr gut erkennen, wenn man die Trendanalyse wirklich verstanden hat und dann auch wirklich verinnerlicht hat. Dann würde ich mal sagen, sind wir auch durch für heute. Auf den Tagesschart möchte ich jetzt nicht schauen und damit bleibt mir nichts anderes, als euch einen erfolgreichen Handelstag zu wünschen und nicht vergessen, morgen einschalten beim Live-Trading. Aber das sage ich dann in der Analyse morgen früh dann auch nochmal. Und dann habe ich die Livestreams auch schon angelegt für den Donnerstag. Und dann könnt ihr euch auch eine Erinnerung beispielsweise einrichten beziehungsweise seht es dann schon mal auf der Kanalseite. Ja, ansonsten, Abo nicht vergessen und wir sehen uns dann beim nächsten Mal. Bis dahin, alles Gute. Ciao, ciao.